Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dayland. In der heutigen Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir mal das Metall zusammen bekommen. Und ich hoffe auch mal sehr stark, dass das diesmal mit unseren Riesenkürbissen etwas wird. Vorher können wir hier mal noch Baumwolle ernten. Denn ja, das ist mittlerweile auch ganz wichtig. Denn ja, wir haben festgestellt, dass die Stoffe uns erstens Schweine viel Geld bringen. Und zweitens brauchen wir auch immer mal wieder Stoffe zunächst, um dann unsere Felder mal wieder zu erweitern. Aus welchen Gründen man da auch immer Stoffe und Stroh dazu braucht. Gut, sind so Sachen, die hinterfrage ich da aber nicht weiter. Oder ist halt jetzt so im Spiel. Ja, dann noch zwei Sachen. Ich würde, glaube ich, mal noch ein paar Bären ansammeln. Denn, ansammeln? Pflanzen. Vielleicht mal noch zwei, drei, vier. Ja, weil da müssen wir uns jetzt doch auch mal ab und zu ein bisschen mehr dran denken. Ja, Essen einzusammeln. Denn ich hatte gerade einen Ast gehabt und habe da jetzt relativ viel, also einen Hunger Ast, habe da relativ viel verbraucht. Und das kann ja auch mal sein, wenn man da nicht so hinterher ist, dass man auf einmal Hunger hat und man dann feststellt, ja, habe ich jetzt nichts. Genau, du hast keine Aufträge für uns, aber schön, dass du vorbeischaust oder auch nicht, ist mir eigentlich relativ egal. So. Das dahin, das sollten wir hinten noch an den rankommen. Ja, pfeil runter. Ja, gut, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da nah genug am Wasser sind. Und... Die anderen aber nicht behindern, ist dann natürlich auch immer davon abhängig, wo letztendlich... die Bären runterfallen. Das kann, die können schön nach vorne fallen, das wird da super rankommen. Oder halt auch... so fallen, das wird da jetzt... nicht rankommen, obwohl die 99% ringsrum begehbar sind. Die Mund ist wieder abgehauen, das heißt, es ist Platz für neue Besucher. Und ich hoffe auch mal, dass unsere Riesenkürbisse was geworden sind. Wir sehen oben rechts in der Ecke, dass wir theoretisch noch zwei Pilze einsammeln können. Da begebe ich mich jetzt aber nicht so explizit auf die Suche danach. Und das... Uuuuuh... Zwei andere Nutzpflanzen, also Pflanzen bei uns auf den Feldern. Hm. Das scheint auch wieder nicht so richtig was geworden zu sein. Dann versuchen wir den ganzen Spaß eben noch mal. Und einmal Karotten wäre auch nicht verkehrt. Äh... gut. Da muss ich jetzt langsam sorgen, dass ich vielleicht doch Abzeichen... jederzeit Mund rufen... Ah, okay. Also scheint es zumindest mal so zu sein, dass wir das noch brauchen werden. Ähm... Ja, ich wollte jetzt mal... So. Lasse den Mond auf sie scheinen. Muss man da aktiv noch irgendwas machen? Ernte einen Riesenkürbis für Locke. Pflanze die Samen in der Nacht und lasse den... Mond auf... lasse den Mond auf sie scheinen. Also kann ich denn da noch irgendwie selber aktiv den Mond scheinen lassen? Auf... die drauf scheinen lassen? Oder ist das wirklich halt... Ich muss bloß drauf achten, dass der Mond scheint. Da... wäre halt mal eine... weitere Erläuterung. Cool. Ansonsten... Wie ich sehe, hast du eine Küche zu einem Haus... zu deinem Haus hinzugefügt? Gut gemacht. Ja, das habe ich aber schon... äh... ewig. Jetzt kann ich dir beibringen, wie man... meine Gerichte zubereitet. Okay. Süß oder herzhaft? Süß? Na gut, ich hätte jetzt... Ich bin eher so der herzhafte Typ. Aber okay. Ich habe ein... besonderes Rezept. Aber zuerst... musst du mir... diese Zutaten besorgen. Drei Limatsch und zwei Insektenflügel. Und das soll essbar sein. nur wenn... weiß, wie man es kochen muss. Boah, das heißt eigentlich nur, wer weiß... wie man es kochen muss. Okay. Ähm... geschenkt. Dann, das hätten wir... brauchen noch ein... Limatsch. Was hätten wir denn zunächst mal noch... zu verkaufen? Eigentlich nicht direkt... was, was mir auffällt. Kaufen können wir mal gucken. Genau, ich nehme jetzt einfach noch mal... die Larven mit. Da können wir ja bei Gelegenheit auch mal... eine kleine Angel-Session einlegen. Öbbbb... Schauen wir mal noch, was wir so haben. Ja gut. Ähm... Genau, belassen wir das dabei. Limatsch können wir jetzt effektiv... Ähm... Also, was heißt effektiv ab jetzt irgendwie... forciert machen. Denn, da müssen wir einfach warten, bis diese grünen... sehr posierlichen... Monster kommen. Dann können wir uns mal... Genau, das hatte ich ja auch noch vor. Da haben wir jetzt 27. Wir brauchen 30 für das Labor. Also 30 Metall. Das wollte ich heute... in der Folge eigentlich auch noch schaffen. Nachdem das... mit den Riesenkürbissen heute... leider irgendwie scheinbar... nicht geschafft hat. Nicht geklappt hat. So, wir haben Mineralien. Da haben wir 28. Fehlen noch zwei. Haben Mineralien. Da haben wir mal der Golderz gefunden. Ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. So, der Stein hier scheint schon sehr ergiebig zu sein. 29. Fehlt quasi noch einer. Eins Metall. So, und... Ne, das Eisenerz. Gucken, das will ich jetzt unbedingt noch schaffen. Dann haben wir es jetzt sehr geil. Es ist halt wirklich sehr viel so... Zeug zusammen sammeln. Was ein Spielprinzip ist, wovon ich jetzt... nicht prinzipiell abgeneigt bin. Wir spielen ja auch viel so... Survival-Spiele zusammen. Und da geht es ja im Prinzip eigentlich auch nur darum... Sachen zu sammeln. Ja, gibt für mich jetzt Schlimmeres. Dann ernten wir erst mal unsere Baumwolle. Und ich sehe, da der Mond so schön steht, gleich noch mal Kürbisse an. Das braucht alles noch eine Weile. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, wir könnten mal... Auch wenn wir das wahrscheinlich noch überhaupt nicht brauchen... Mal... Unser... Labor bauen. Wenn wir das jetzt einmal so toll zusammen gesammelt haben. Und dann können wir da... Du hast ein neues Rezept, Gold. Sehr geil. Du hast ein neues Rezept, Kuchen. Ist ein neues Gebilde freigeschalten. Krass. Eine Mine. Ähm... Aha, jetzt haben wir hier so ein lustiges kleines Schild. Dayland. Und das sieht ja auch schon richtig aus... Wie ein Haus. Schauen wir hier mal durch. Genau, wir haben hier Gold. In der Küche haben wir Kuchen. Okay, das lässt sich sogar relativ gut machen. Im Labor haben wir noch nichts. Wir können schlafen. Jetzt lassen wir aber erst mal... ...den Zauberer landen. Oh, yes. Yes, 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 yes. Es ist ein Riesenkürbis. Allerdings wird der jetzt nicht fertig in der Zeit, wo der da ist. Das heißt, da müssen wir mal noch ein bisschen warten. Ah, aber das macht mich schon sauglücklich, dass das jetzt endlich geschafft hat. Sehr geil. Eine Sache können wir aber mal noch machen. Gucken mal, was wir sonst noch so... ...handeln können. Genau, dazu fehlt noch was. ...verkaufen. Ja, die Stoffe können wir im Prinzip auch erst mal verkaufen, denn wir haben ja auch noch kein Stroh. Um... ...unser Felder dann mit den Stoffen, dem Stroh und dem Kürbis zu erweitern. Was? Wenn man sich da rein denkt. Ja gut. Ja, ansonsten... Ja, was wollen wir da jetzt noch verkaufen? Gut, das bringt uns ja auch erst mal ein bisschen was. Dann schauen wir mal trotzdem noch, was wir kaufen können. Ich nehme da mal ganz gern... ...das Eisen mit. Vielleicht mal noch wieder ein Öl. Oh, Gold scheint ja richtig krass viel zu bringen. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Da schaue ich gleich mal noch, was wir denn... Nee, wo war das in der Werkstatt? Zum Gold machen. Oh, da brauchen wir bloß fünf Golderz. Okay. Das können wir ja quasi schon mal herstellen. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Ja, es dauert noch drei Minuten. Das wird nichts. Das können wir aber schon mal ernten. Wenn wir das mit den Kürbissen, dann brauchen wir hier auf alle Fälle mal wieder... Oh, ich bin so erschöpft. Na gut. Dann, ja, danke, danke, danke. Lassen wir das. Dann würde ich trotzdem... Mal noch schauen... Und zwar nehmen wir den Hammer und bauen. Dann haben wir ja hier diese... Mine. Benutze einen Hammer auf einem großen Riss in den Felsen, um die Minen zu bauen. Die Mine wird es der ermöglichen, schneller Metalle zu gewinnen. Es ist der Weg zum Herzen von D-Land und ein Kristallgenerator, der mit jedem Level erneuert wird. Okay. Das mit dem Metall, das klingt ja schon mal sehr gut. Und ich muss sagen, das ist mir vorhin auch das erste Mal aufgefallen, als ich hier an irgendeinem Felsen war. Da habe ich so einen Riss gesehen. Und da habe ich schon gedacht, krass, da wird man doch bestimmt irgendwas damit machen können. Und wie sich jetzt herausstellt... Ach, guck mal, das wird doch, das geht. Ja, kann man da jetzt so eine Mine ran bauen? Ich müsste bloß mal herausfinden, wo das genau war. Ich glaube, das war der... Ähm, Fels... Ne, das ist das mit dem... Möchtest du dieses Gebäude ausbessern? Okay, was kann ich denn da ausbessern? Okay, okay, okay. Das können wir dann vielleicht auch mal machen. So, der hier war es. Hier war rings... Äh, da. Genau, hier haben wir so ein... Eine Mine bauen. Ach, da brauchen wir ja gar nicht viel dafür. Zwei Seile. Das lässt sich doch dann jetzt... Demnächst auch mal machen. Müssen wir doch mal wieder noch mehr Baumwolle anbauen. Ähm, okay. Habe ich jetzt hier... Noch nichts angebaut? Ach so. Ahaha, okay. Genau, dann... Müssen wir jetzt erst mal noch kämpfen. Und dann gehen wir schlafen. Und dann bauen wir hier Baumwolle an. Wenn das hier so... Jo, das sind so krasse Limatschteile. Dann können wir... Haben wir auch schon wieder genügend... Limatsch für... Die Erfüllung unseres Auftrages mit dem... Koch. Wo ich... Ich kann mal von den... Und der eine Zauberer... Und der eine Zauberer... Und auch wie das grüne Vieh heißt... Ist in den Untiefen meines Kopfes verschwunden. So, genau. Dann schlafen wir mal. Und dann haben wir ja gerade auch wieder echt super viel zu tun. Ähm, beziehungsweise... Was heißt zu tun? Nicht akut, aber... Viele Sachen, die wir machen können. Ähm... Ja, ich würde sagen... Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es sei das nächste Mal wieder mit dabei. Denn... Ja, jetzt geht es ja gerade wieder ganz schön ab. Also bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.